Fans von Sing Meinen Song aufgepasst! Bereits im Frühjahr 2021 startet die nächste Staffel der beliebten TV-Sendung, doch leider gibt es auch weniger erfreuliche Neuigkeiten rund um das Tauschkonzert. Der bisherige Gastgeber Michael Patrick Kelly ist nicht mehr Teil von Sing Meinen Song. Ganze drei Jahre war der Musiker hier nun schon mit von der Partie, in den vergangenen zwei Jahren übernahm er dann die Rolle des Gastgebers. Nun machte der 42-jährige Michael jedoch Platz für neue Künstler auf der Couch in Südafrika. Beim Sender Vox möchte man, wie bereits in der Vergangenheit, für frischen Wind in der Sing Meinen Song-Familie sorgen und so hieß es von Seiten des Senders, wechselnde Gastgeber sind Teil des Sendungsprinzips. Zudem bedankte man sich jedoch auch ganz herzlich bei Michael Patrick Kelly für seine Zeit in der Sendung. In dieser Zeit hat er das Format mit seiner Musik aber auch mit seiner Persönlichkeit geprägt und mit seinen Tauschabenden Millionen von Zuschauern begeistert. Für die Zeit, die Zusammenarbeit und die zahlreichen besonderen Couch- und Bühnenmomente in Südafrika, möchten wir ihm ganz herzlich danken. Wer genau Michael Patrick Kelly als Gastgeber ersetzen wird und wen Fans noch auf der Couch erwarten können, ist leider noch nicht bekannt. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.